Buh! Skipper, sie springen uns in die Luft! Skipper, einen hast du erledigt! Dann hau ich der Alten erstmal kräftig einen. Skipper, es sind Kinder anwesend. Warum schaut ihr mich so an? Ist schon gut, mein Kleiner. Wie sagst du, Kowalski? Virtuell, Sir. Virtuell, genau. Es sind einfach nur Annahmen, Sir. Basierend auf Schnauze. Au! Au! Männer, was machen wir? Ich bin... Ich verliere den Verstand! Au! Ein sehr schöner Sporn, Männer. Ein sehr schöner Sporn. Ideal, sozusagen. Die Devise heißt, schnell rein, schnell wieder raus. Und das möglichst am Stück. Skipper, so machen wir es. Achtung Männer, komplettes Neuland. Augen auf! Seid vorsichtig. Achtet darauf, was ihr tut. Rein hier! Ups! Skipper, hast du nicht gesagt? Augen auf und leise sein? Ich weiß, was ich tue, Männer. Ich weiß, was ich tue. Oh, ein PC. Lass ihn uns plündern. Scheiß Ding. Kaputt. Da kommt jemand! Sir! Oh! Ich hör's! Oh! Scheint ein Scaf zu sein. Wir gucken mal. Vorsichtig. Oh ja. So. Zimmer 114 war's, glaub ich, Männer. Zimmer 114. Kowalski. Das ist die 106. 108. Acht. Keine Zimmernummer. Lass sehen. Keine Nummer. Hier ist das Männer. Rein hier in die Hütte. Schnell. Zu das Brett. Rico, mach zu. Was haben wir schönes? Loot vom Feinsten. Möchte ich doch hoffen. Okay, okay, okay. Painkillers. Immer sehr gut für uns Männer. Immer sehr gut. Da liegt das Ding. Nimm es Skipper. Habe ich schon. Oh. Skipper. Ich habe Angst. Die kommen doch zu uns rein. Schnauze. Kowalski. Lage. Abschätzen. Es sind mindestens zwei Männer, Sir. Wahrscheinlich bewaffnet bis an die Zähne. Wie hoch sind die Chancen, dass sie reinkommen? Kann ich schlecht sagen, Sir. Wir waren hier noch nicht so oft. Die Statistiken. Skipper. Sie sprengen uns in die Luft. Schnauze. Private. Ui. Die kommen mir rein. Ich halte es ja nicht mehr aus. Ich halte es ja nicht mehr aus, Mama. Ich muss raus. Ich bin ein Mann, der seine Freiheit liebt. In diesem Käfig werde ich krank. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wir werden noch wenigstens ein paar Minütchen private. Nun habe ich nicht so viel Angst. Da vorn. Da vorn. Er hat uns gesehen. Er hat uns getroffen. Scheiße. Ist doch noch einer hier gewesen, Männer. Kowalski. Warum hast du mich... Oh. Oh. Er schmeißt das Zeug durch die Kante als wir uns... Bonbons beim Karneval. Skipper, einen hast du erledigt. Sehr schön. Er hat uns getroffen. Aber sehr. Extrem. Männer. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Wir brauchen Heilung. Da ist noch einer. Skipper. Scheiße. Am Arsch der Welt gespawnt, Männer. Am Arsch der Welt. Wir versuchen uns... durchzuschlagen. So, wir bleiben hier. Und warten geduldig. Skipper, das sind welche. Hinlegen. Deckung. Was für eine Drecksmission. Wenn ich hier rauskomme, dann haue ich der Alten erstmal kräftig eine... Skipper. Es sind Kinder anwesend. Warum schaut ihr mich so an? Ist schon gut, mein Kleiner. Ist schon gut. So, sie sind weg. Dann auf geht's. Rein in die Drecksbude. Zimmer 114 ist unser Ziel. Zimmer 114 ist unser Ziel. Eisgibber. Rico, kotzt schon mal den Schlüssel aus. Warum blaue Frösche, du Idiot? Schlüssel. Wo sind wir hier? Das sieht doch vorhin ganz anders aus. Das ist es nicht. Skipper, wir haben uns verlaufen. Private. Das ist nicht nützlich. Die Zeit ist abgelaufen, Skipper. Ich seh's. Männer, macht euch bereit. Bereitet euch auf den Tod vor. Ich will ja nicht sterben, Skipper. Nein, wir sterben ja nicht wirklich. Es ist doch nur... Wie sagst du, Kowalski? Virtuell, Sir. Virtuell, genau. Bis hierhin ging's gut. Kowalski, die Chancen. Schlecht zu sagen, Sir. Wir müssten eigentlich schon seit Minuten tot sein. Auf die Tür. Auf. Ja, Sir. Ich arbeite daran. Rein hier. Das ist der Wahnsinn. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Noch nicht, Sir. Erst wenn wir draußen sind. Männer, wir haben überlebt. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Wieder am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Oh. Da schießt einer auf uns. Das sind Russen, Sir. Hab ich mir sagen lassen. Ihre Sprache ist Russisch. Russisch? Was ist denn das für ein Quatsch? Hab ich ja noch nie gehört. Hinter uns, Sir. Au. Er hat uns eine reingepräzelt. Er kotzt. Er schreit und kotzt wie Rico. Ja. Wir brauchen Marceline. Die haben wir komplett vergessen. Wir haben immer. Konzentration. Leute. Konzentration. Er ist weg, Sir. Wo ist er hin? Möglicherweise in diesem Gebäude. Oder dahinter. Wir wissen es nicht so genau, Sir. Mist. Kowalski, wozu sind deine Computer eigentlich gut? Wenn sie uns die falschen Berechnungen ausspucken. Es sind einfach nur Annahmen, Sir. Basierend auf Schnauze. Ich muss mich konzentrieren. Da war noch einer. Wir gucken, Klammern durch die Rohre, aber ich sehe nichts. Ui. Linker Hand. Was war das? Es sind mehr... Es sind... Au! Au! Männer! Was machen wir? Ich bin... Ich verliere den Verstand. Au! Deckung, Sir. Wir bleiben in der Deckung. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Was hat uns da erwischt? Wir haben einen Brille auf. Ob Vaseline hilft? Vaseline hilft eigentlich immer. Deswegen salben wir unsere kleinen Erschchen ja mit Vaseline. Wart's auf, Leute. Den trickst ich aus. Den trickst ich aus. Ah, ins Bein geschossen, Sir. Ein schöner Schuss. Der humpelt. Der humpelt und ist tot. Ein toter Humpeler sozusagen. Ast rein, Sir. Danke, Kowalski. Ich habe Angst. Da ist noch einer. Warte, den trickst ich aus. Den trickst ich aus. Ich schleiche mich gekonnt ums Rad. Wir sind tot. Ich sehe es mir noch. Scheiße.